allöchen zusammen willkommen zurück zu egos und ja ich habe geguckt für die höhlen sind und sie sind tatsächlich war ich gerade selber ein bisschen erstaunt ob ich hier muss eine höhle sein genau hier um die ecke muss leider da da ist ach ich habe doch gar keine fackel gebaut warte mal da ist aber eine höhle geiler ich hatte vorher nicht gespückel bevor ich meinen baul mein ding hingebaut habe aber schon echt cool so stöcker 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 so einmal das zack herstellen gut auf geht's in die höhle die die höhle ist tatsächlich noch unter dem scanner was wie groß sind die höhle naja ne ok gut her damit her mit dem eisen auch eigentlich nur eisen jetzt was nur eisen und hier wäre sogar eisen vorkommen der ist so weit oben macht bevor ich mich da abkämpfe gucke ich hier nochmal das ist kohle das ist da ist noch mal eisen aber auch so weit oben jetzt kommen genau so geht es doch wunderbar ja mal gucken wie viel eisen ich jetzt hier raus krieg mal platin erstmal eisen 216 da ist noch mal eisen jetzt komm du willst da nicht drauf ne du willst da nicht drauf mach ich das halt so ach ja ok 288 ich glaube das müsste sogar gut ausreichen für den ambos und einiges an nägel ja während das eisen schmilzt gehe ich dann ordentlich holz beschaffen und baue schon mal das andere zeug was keine nägel benötigt sondern nur die seile so ich glaube du hast aber genug gebrannt hier na so und aktivieren also noch mal in seile ja dann lass mich gucken ne muss ich erstmal holz holen da muss ich erstmal holz holen das sind nämlich 80 holz hier so ein ding ich deaktivieren ich hab ein bisschen angst dass es hier doch wieder in flammen aufgeht ne sind 80 holz oh es wird dunkel davon kann ich auch gleich noch ordentlich einpacken ich hab hier in meiner ecke gerade echt bube so herrlich nr 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 Da liegt er. So, dann lass uns mal gucken, wie viel ich denn jetzt schon an diesen Teilen bauen kann. Ich weiß nicht so ganz. Zehn Stück? Ich glaube, so viel brauche ich nicht, ne? Zehn Stück? Das sind schon große Teile. Zehn, nee. Machen wir mal. Machen wir mal sechs. Machen wir mal sechs. Machen wir mal sechs. So, und dann noch mal ein paar Bäume hier. So. Und noch mal ordentlich ein paar Fasern, ne? Oh, da kommt ein Sturm. Bands an. Lange Hitze, wenn du. Bäh. Machen wir hier nicht rum. Gebiet hab ich schon markiert. Na ja, machen wir hier schon irgendwie da. Okay, weiter wird's phasen. Oh, 18 Uhr. Könnte ich auch ein Nickerchen machen, ne? Oh, aber warte, ich will noch ein paar Fasern holen. Ich will noch ein paar Fasern holen. Wie viel hab ich denn jetzt eigentlich? Tausend. Oh, das... Sollte funktionieren. Guck mal, mach ich da noch mal. Oh, noch mal 100. Und noch mal zwei, okay. Junge Kokosnuss. Hm, also wenn ich die jetzt in meinen Inventaren lasse, ist es irgendwann eine reife Kokosnuss. Kann ich die eigentlich auch braten? Warte mal. Wird die auch gebraten? Mal kurz warten, bis das hier weg ist. Nein. Also da schon mal nicht. Kann ich die trocknen? Nein, auch nicht. Also die ist tatsächlich, weil wenn sie im Inventar ist, dann wird sie reif. Und dann passt das schon, ne? So, einmal schlafen. Jetzt mach ich aber das Ding wieder aus, ne? Ich hab so Angst vor dem Ding. Mittlerweile. Okay. Okay, er hat es auch fast fertig. Ähm, was braucht die denn noch für einen Amboss? Ah, alles andere hab ich zusammen. Gut, das Problem ist ja nur, da muss er weiterschmelzen. Um dann entsprechend Nägel zu machen. So. Ist klar, Amboss wird schon mal gemacht. Da sind schon die sechs Spikes. Joa. Hm. Warte mal. Lass mich mal den Amboss herstellen. Ähm. Oh. Also 60. Na, da brauche ich ein bisschen Nägel, ne? Da brauche ich ein paar Nägel. Okay, dann warten wir ganz kurz. Ich glaube, Holz müsste ich genug haben. Oder, warte mal, ich gucke mal kurz. Warte, damit du es rein. Sechs Stück will ich ja davon haben. Okay, Holz hab ich genug. 108 Nägel. 72 von dem hab ich auch genug. Boah, krass. Okay. 108 Nägel. Das heißt, elf Eisenbahnen. Dann ist das Ding auch erledigt hier. So, dann gehen wir mal den Elften hier. Dann mache ich da auch schnell Nägel. Und dann kann ich oben die Wand mal platzieren. Ich werde mich da mittendrin... Ach nee, ich will ja noch ähm... einen Hammer machen, ne? Eisenhammer. Okay. Daraus mache ich jetzt aber erst mal Nägel. So, ein Eisenhammer braucht auch zehn Eisenbahnen. Vier Leder und vier Holz. Vier Leder. Vier Leder und vier Holz. So, zack. Naja, mache ich das so. Passt. Vier Leder, vier Holz. Aha. Zehn Eisenbahnen. Wir sind bei fünf. Sechs Stück. Das. Sechs Stück. Ich glaube, mit der Wand komme ich echt gut klar. Ich glaube, das wird was, ne? Und ich glaube, den ersten Scan können wir tatsächlich auch heute schon ausprobieren. Mit diesem Verteidigungspalizar. Aber ich glaube, das wird gechillt. So. Mein Hammer. So, habe ich. Habe ich. Okay. Fertig. Fertig. Uh. Achso, ich muss ja da irgendwie hochkommen, ne? Mist, jetzt habe ich alles ein... Naja, was brauche ich da eigentlich alles? Äh, Fasern nochmal. Oh, warte mal. Geben wir mal nochmal kurz Knochen rüber. Ne, nicht rübergeben. Das repariere ich hier einfach mal so geschwind. Ich brauche nochmal kurz Fasern. Okay. So, reicht hier eine Rampe schon oder? Hm, könnte schon gut eingehen, ne? Okay. Mal ganz ehrlich, von wo soll denn die Viecher hier großartig kommen? Gut, von hier. Dann lass mich mal mir die Wand hinbauen. Oh, warte mal. Ich muss mal. So, warte mal. Ich habe ein Problem. Ich kann jetzt von hier gar nicht die Spikes dranbacken. Shit. Das habe ich jetzt gar nicht überlegt. Ja, aber hier muss auch. Oder warte mal, kann ich mir hier einen ganz kleinen Mini-Spalt machen? bitte. So. So, dass ich da durchkomme. Die aber nicht. Oh. Ah, ich kann auch von hier drin. Ja, guck mal. Alles klar. Okay. Aber ich kratze schon wieder im Hals. Okay. Ja, klasse. Okay, ich bin einmal um die Mauer und ich bin gespannt. Das wird aber funktionieren, ne? So, eine reife Kokosnuss. Alles klar. Ich bin gespannt. Wunderbar. Ich habe volle Hände voll zu tun. Ich glaube nicht, dass ich hier alle Hände voll zu tun habe. Die kommt schon gar nicht hier hoch, ne? Die kommt schon gar nicht hier hoch, ne? So, die Unit stoppt. Get it back on. Okay. Station activated. Also Pumas höre ich auf jeden Fall. Aber ja, guck mal, so wäre ich total abgesichert. Ja. Keep it up. There's another marker on your map. Okay. Ich habe die Wand nicht mal gebraucht. Ja, die hocken da. Wer weiß wo. Jetzt erst mal die Wände einsammeln. Scan 1 ist durch. Cool. Ich habe ja noch nicht mal eine Wand gebraucht. Okay. Ah, die hängen da irgendwo fest. Das ist ja mal cool. Ah, guck mal hier. Puma. Noch einer? Noch einer? Hä? 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 Ne, keiner? Okay. Okay. Ah, Puma. So, bauen wir halt es mal aus. Aber reichen die sechs Stück? Hm. Die nächsten Scans. Ich weiß ja nicht, wie die aussehen. Da brauche ich nochmal Nägel. Machen wir nochmal hier nochmal vier Stück. Dann nochmal ein paar Nägel machen. Dann hole ich mir nochmal Holz. Ich mache auf zehn Stück. Ich meine, ich habe nichts zu verlieren. Aber nachher ist das Territorium. Hier war es jetzt ein bisschen kleiner. Aber ich weiß nicht, wie die anderen zwei aussehen. Also nehme ich lieber zehn Stück mit, damit ich auch eventuell einen schönen Kreis machen kann. Das ist ja schnell erledigt. So. Oh, halt. So, vier Stück. Perfekt. 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 Ähm, das rein. Das da rein. Ne, Fasern. Brauchte ich. Weil ich eine kleine 1x1-Hütte mitnehmen will. Das nochmal. Okay. Felle, Leder habe ich hier drin. Felle und Leder. Oh. Und Felle habe ich noch nicht genug. Aber hier draußen lungern doch so viele Tiere rum. Guck mal da. Ein Zebra. Vielleicht hat er schon das Fell, was ich brauche. Und Lagerfeuer. Der hatte schon das Fell, was ich brauche. Und Lagerfeuer. Gut. Okay. Äh, Stöcker. Einmal so. So, Lagerfeuer. Dann das, 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 das und das. Okay. Das, das und das. Dann bin ich ausgerüstet. Und 10 davon, 10 davon, 10 davon. Hier. Und eine 1x1-Bude. Mit Schlafsack und so. Wo ist denn die nächste Scannen? Der nächste Scannen wäre hier. Es ist ein bisschen zu laufen. Wollen wir schon mal anfangen zu laufen? Ähm, ja. Ja, wir fangen schon mal an zu laufen. Ich geh schon mal hin. Darüber. Ist ja nicht ganz so weit. Ich hab auch noch alles an der Ausrüstung bei mir. Ich muss nicht dran denken, dass ich dann dahin zurücklaufe. Okay. 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 Oh, 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 oh. Okay. Lauf Baby lang, flitz, flitz, flitz. Machen wir den alten Flitzer hier. Okay, ich würde sagen, das letzte Stückchen, das laufen wir in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.